Just One ist ein kooperatives Partyspiel. Unabhängig voneinander gibt jeder Mitspieler dem Ratenden einen Hinweis zum gesuchten Begriff. Zumindest theoretisch, denn doppelte Hinweise werden eliminiert. Zunächst werden vom Stapel mit den Begriffkarten 13 zufällige Karten abgezählt. Jeder Spieler erhält einen Stift in seiner Spielerfarbe und eine beschreibbare Tafel. Ein Spieler wird in jeder Runde zum Raten, denn er stellt eine Begriffkarte auf die Bank. Er selber schließt die Augen und sieht die Begriffe natürlich nicht. Er nennt jetzt eine Zahl von 1 bis 5, zum Beispiel die 5. Alle anderen Spieler schauen sich nun den gesuchten Begriff an. Hier ist es der Friseur. Ab jetzt darf nicht mehr gesprochen werden. Jeder Spieler denkt sich nun geheim einen Hinweis aus, der den gesuchten Begriff beschreibt. Diesen Hinweis notiert jeder Spieler auf seiner beschreibbaren Tafel. Das machen alle Spieler gleichzeitig, aber keiner weiß natürlich, was der andere schreibt. Spielen wir hier in Vollbesetzung. Könnte so der Raten insgesamt bis zu 6 Hinweise erhalten. Dann wird es eine Leichtigkeit sein, den Begriff zu erraten. Doch die Betonung liegt auf könnte. Haben alle Spieler einen Begriff notiert, offenbaren sie nun ihre Hinweise. Nun wird kontrolliert, ob es doppelte Hinweise gab. Dazu zählt auch schon nur derselbe Wortstamm. Haar und Haare ist eine Doppelung. Diese beiden Begriffe werden nun aus dem Spiel genommen, das heißt die Tafeln werden einfach umgedreht. Gleiches gilt für den Kamm hier links. Auch dieser Begriff wurde doppelt aufgeschrieben. Der Ratende hingegen hat noch immer die Augen geschlossen. Öffnet er sie gleich, sieht er die übrig gebliebenen Begriffe und hat dann genau einen Rateversuch. Schere und Beruf, das ist für ihn ganz klar der Friseur. Und diese Antwort ist richtig. Diese Karte zählt am Spielende als ein Punkt. Aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Schere und Beruf. Hätte das nicht auch ein Schneider sein können? Nennt der Ratende diesen Begriff, ist der Begriff falsch erraten. Dann geht die Karte aus dem Spiel und auch die oberste Karte vom Nachziehstapel wird entfernt. Somit verliert das Team zwei mögliche Punkte. Ist sich der Ratende nicht sicher, welchen Begriff er nennen soll, hat er auch eine dritte Möglichkeit. Er passt. Auch dann wird die Karte mit dem gesuchten Begriff aus dem Spiel genommen. Das heißt, dieser Punkt ist verloren. Allerdings wird keine zusätzliche Karte entfernt. Danach ist dann der nächste Spieler, der Ratende. Eine neue Karte wird aufgedeckt und das Spiel geht weiter. Insgesamt so lange, bis alle 13 Karten vom Nachziehstapel aufgebraucht wurden. Dann zählen die Spieler ihre erratenden Begriffe. Hier sind das beispielsweise 9. In der Tabelle kann man nun nachsehen, wie gut man war. Bei 9 bis 10 erratenden Karten steht hier, wow, gar nicht so schlecht. Aber es ist ein mittlerer Wert, da ist noch Luft nach oben. Gabi findet, Just One ist ein erfrischendes Partyspiel, das gleich in mehrfacher Hinsicht punktet. Es ist super schnell erklärt, mitspielen kann ja jeder. Und trotz seiner Einfachheit ist das Spiel tricky. Denn da man sich nicht abstimmen darf, welche Hinweise man gibt, wird man schnell paranoid. Was haben die anderen wohl notiert? Das vermeintlich einfache oder etwas zum Um-die-Ecke-Denken? Wie tickt der gerade Ratende wohl? Gibt er eine simple Antwort oder denkt er kompliziert? Das alles ist witzig und rasant und oft kommt es anders, als man denkt. Gerade wenn fast alle Hinweise eliminiert werden, ist das Glücksgefühl umso höher, wenn der Begriff trotzdem erraten wird und genügend Begriffe für einen ausreichenden Langzeitspielreiz liegen bei. Einziger Wermutstropfen, auch wenn das Spiel mit kleinerer Spieleranzahl durchaus funktioniert, kommt das Konzept noch nicht so richtig zur Geltung. Mindestens fünf Spieler sollten es sein, damit das Spiel sein volles Potenzial entfaltet. Und dann macht Just One auf jeden Fall echt viel Spaß. Gabi vergibt sehr gute acht Kultpunkte. Wie immer findet ihr die ausführliche schriftliche Rezension auf unserer Webseite www.spielkult.de 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 www.spielkult.de